Aha. Aha. Ah. Ja, mach mir mal einen mehr Weg. Hallo? Hallo? Nicht da unten. Lass uns ein bisschen höher machen, danke. Okay. Hat er gut gemacht. Schön, ne? Schön. Jetzt willst du auch rüber, habe ich gehört. Irgendwas mit dir. So, wie wär's damit? Nee, falsche Richtung. Warte mal in die andere Richtung. Warte mal in die andere Richtung. Reicht uns vor? Das reicht, das reicht super. Ah. War ja wunderbar. Ah, ist bezeichnet. Warte mal bis zur nächsten Action-Szene. Warte mal bis zur nächsten Action-Szene, oder? Hallo. Ah, guck mal, das ist ein fremde Spider. Spiders. Was? Ich finde weh. Oh, oh, die Big Mala. Oh, oh, die Big Mala. What do you want me to do? Oh, stop. Come on, quick me, get off. Oh, I get it. She's their mom. Oh, what a cute family. Hey. Yeah, depends how you define you. Hm, das wollen die Babys sein. In this species, the wife kills the husband. Ah. Ah. Deswegen hast du ja auch die Waffen immer. Good one. Haha. Oh boy. Oh, thanks miss. Come on Cody. Let's go. Let's go. Hey ho, let's go. Ah. Ganz wichtig. Ganz wichtig allerseits. Hydriert euch, Kinder. Ja, vibriert mal. Und hydriere auch dich, Kai Kai. Hallo. Moin. Oh nein, ein Kai Kai. Den Kai Kai werdet ihr morgen wahrscheinlich auch, wenn ihr die GTA Pro wiedersehen. Äh, wir sind fliegende Etwas. Weil ihr so einen mega Bock drauf hat. Und aus den fliegenden Etwasen kommen fliegende Etwasen raus. Wollen wir mitmachen? Äh, äh, oh. Lässt du bestimmt morgen gerne mit. Äh. I'll cut you all down. Come on. Hast du kaputt? Komm mal. Come on. Oh. Hast kaputt? Ich muss nur darauf warten, dass die unten ist. Genau. Aber. Lüste. Jetzt haben wir schon bestätigt. Der Kai sagt, wir sind morgen auf jeden Fall dabei. Er ist auf jeden Fall dabei. Wir sind morgen auf jeden Fall dabei. Damit meint er er. Da sind wir auf jeden Fall dabei. Ich esse... Kratzeis. Mmh. Oh, Kratzeis würde ich auch nehmen. Ewigkeit kein Kratzeis. Kein Kratzeis. Kein Kratzeis. Soll ich die mal runterholen für dich? Oh, kann ich nicht. Na, wenn du nicht. Versuch's. Wir wollen nicht. Oh. Hört auf. Ich find's irgendwie witzig. Mein Streamlab. Oh. Er legt einen blöden Fehler ab. Er legt einen blöden Fehler ab. Der lässt meine Subscriber bzw. meine... der Subscriber. Ähm. Nicht zu, dass sie irgendwas schreiben. Oder sie aufstellen schreien. Dass die Subscriber dürfen bei dir nicht schreiben. Ähm. Die Follower. Wunderbar. Wie gesagt, er dürfte nichts... nichts Großes schreiben. Was ich gar nicht eingerichtet habe. Aber ich hab keine Ahnung. Ja, das ist... Das ist... Aber normal. Ja... Sollte es nicht. Nein, das ist normal. Das ist von Twitch. Es gibt... Ja, aber das habe ich eigentlich eingestellt. Ja, das ist aber normal. Du darfst nur... Bestimmte Prozentzahl deines Satzes darf in großen Lettern sein. Ja, Moment. Das konnte ich ja komplett einstellen wie viele. Die müsste mir das machen. Aua, du wirst ein Kaktusmann. Boi. Achso, während du mich verteidigst, darf ich dir die Blube geben. Chubby! Äh, übrigens friss ich, ne? Ich gucke mal zu, wie wir... Ich bin John Rambo. Oh, danke. Also, wir haben den Hutz. Der ist ein Kaktus. Stimmt. Mit... mit einer wunderschönen Frisur. Oh ja, mit einer Blume. Mit zwei, drei Blumen. Ja, auch gut, viel mehr hat es natürlich nicht gereicht. Los. Und der ist jetzt halt, wo bist du? Ey... Ey, ich glaube... Aaaaah! Ey, ich bin zurück! Ich bin zurück! Aaaaah! Aaaaah! Tun Sie mir nicht weg! Ich glaube, ich mach mal weiter. Ach, guck mal, Büffchen, hier! Jaaaah! Schön, fein! Verdammt! Ich glaube, ich habe den Kaktus... ... ein bisschen... ... ein bisschen verärgert. Ja, nicht nur... ... nicht, dass du... ... dass du jedes Spiel gewinnst. Nein, jetzt muss er mich auch noch ärgern. Nein, ich ärgere dich nicht. Den Kaktus könnte ich... ... nicht zuhause haben. Warum möchtest du den nicht zuhause haben? Ich bin ein ganz lieber Kaktus. Ich stech nur böse... Ich stech nur böse Leute. Der kleine grüne Kaktus... ... der heißt... ... Putz... ... oder die... ... hab keine Ahnung, was man machen muss. Ich... ... äh... ... ja... Okay, wir müssen gucken. Vielleicht ist irgendwas da oben. Da ist was! Haben wir jetzt irgendwo... ... ein Krieg-Time-event vergessen oder so? Ja, ja, hier. Bäm! Mach kaputt! Ich mach's kaputt! Aaaaah! Oh, das tut mir auch mal leid. Hahaha! Das war die Rache dafür, dass ich... Lass mich erfüllen! Deswegen würdest du mich auch stechen? Ach, gar nicht! Ich... Ich mach mir da gar keine Gedanken. Woher gehen wir, Cody? Wie soll ich wissen? Okay, ich warte, wir werden irgendwie... ... eine andere Spinne finden, die uns gleich nicht mehr so gut ist. Freundlich nicht zu sprechen. Hier kommen bestimmt wieder Eichhörnchen. Eichhörnchen! Oh nein, hier kommt definitiv kein Eichhörnchen mehr. Eichhörnchen! 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 Ich weiß schon, was man dazu sagt. Spinnen mögen es kalt und feucht. Äh... Oh, ne! Malwurz! Da, der ist hier! Mein... 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 Mein Controller vibriert wie verrückt! Ich hab keinen! Also, ich würd' ja mal sagen, normalerweise sind Maulwürfe jetzt nichts. Ich renne einfach vor! Nicht so erschreckende Dinger! Oh doch, in der Gründung! Vor allem, die machen nicht solche Geräusche. Oh doch! Oh, was haben wir denn hier? Was ist denn das hier? Hütte! Keine Ahnung! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was ist das? Was ist das? Oh, ich mag das nicht! Oh, B drückt! Gedrückt halten! Siehst du denn wo? Hinein! Ja! Oh boy! Ich will das! I think it's dead, Cody! Ja! Kai ist so natürlich... Ja, rein mit dir da! Was soll denn da schon passieren? Oh ja! Raul du Stück! Ja, ja! Du ungewöhnliches... Oh nein! Die Maulwürfe! Die Maulwürfe! Ja, ich hab' dir gesagt, sie gehen in mein Garten! Ach komm! Ihr habt euch schon fast wieder angefreundet! Äh... Was war denn da jetzt? Ich hab' doch gar nicht gesehen, was los war! Wir müssen eigentlich auch die... 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 Die leise Taste? Was passiert, wenn ich... Wenn ich spring? Okay! Oh oh! Der ist aber noch leise! Auf gut! Ein Maulwürfchen! Ein Wurfmürfchen! Nein, nein, nein! Du hast sie geweckt! Hehehehe! Scheiße! Ich dachte, wenn ich stehen bleibe, passiert dann nichts! Nein! Du bist ja durch die ganzen Ködel gelaufen! Ja, die Sache ist, du hast auch nicht mal stehen bleiben! Die wackelt ja die ganze Zeit! Schierte! Das heißt, das muss man auch noch drüber springen! Na ja, eh mehr diese Hasen! Nein! Eh mehr diese Hasen! Weißt du was? Soll ich mal auf ihn drauf springen? Ja komm! Was soll denn da schon passieren? Wollte krass sagen! Was soll denn da schon passieren? Man kann auf seinen Bauch hüpfen! Ich mein schon witzig, dass die das eingebaut haben, Manuel! In der Annahme, dass die Leute das machen werden! Das ist lustig, dass man da drauf bauzen konnte! Ich geh mal andersrum! Okay, lass das mal wieder ein bisschen leiser werden! Ich wusste gar nicht, dass sie das so irgendwie pennen! Okay! Da ist noch einer! Lass den Balken mal ein bisschen runter! Soll ich hier mal... Oh links! Ich könnte ihn anschießen! So voll auf die Nase! Was hältst du denn davon? Was passiert denn eigentlich, wenn ich den mal ein bisschen nass mache? Weißt du, da steht's weiter? Gesundheit! Okay! Ich musste mal auf die Nase hauen! Ganz ehrlich, scheiß drauf! Ich will den erstmal ein bisschen feucht machen! Ich will mal sehen, was passiert! Jetzt bleibt gleich hier oben! Da war ich mir die Zeit! Hier, trink! 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 Der hatte grad seinen Bauch abgemacht! Das war so gradisch! Aber das lustige ist, die haben alle andere Animationen! Echt? Das ist mir gar nicht mal aufgefallen! Oh, das liegt ja auch noch einer! Den hab ich gar nicht gesehen vorhin! Sollen wir den auch nochmal wecken? Damit wir die Animationen auch sehen? Ich würde mal sagen, nein! Weil da hinten ist noch einer! Na gut! Ui! Ui! Hast du nicht gemacht! Ich mein, ich werd mich jetzt nicht drüber beschweren! Also... Ich weiß nicht, was du gemacht hast! Aber sie haben sich nicht aufgewacht! Du warst nicht... Du warst nicht unfähig genug! Stimmt! Es tut mir leid! Ich werd das nie wieder machen! Das war mehr als rot! Ja, ja! Das ist aber ganz normal! Das ist hier... Wenn du mit dem Hasen spielst, dann... Das machen wir immer so! Er kann nur Minispiele! Das richtige Spiel kann er nicht! Ich meine, es ist nicht falsch! Aber... Ich würd nicht sagen, dass es auch richtig ist! Aber falsch wird das auch nicht! Ui! Ui! Wir haben's geschafft! Wir sind die Besten! Oh mein Gott! Ich bin wieder zurück! Ich weiß! Deswegen lauf ich weiter! Nein! Wirklich! Es zählt noch... Es zählt noch rückwirkend! Fangen wir... Oh ja, jetzt fangen wir komplett vor. Okay, ich... Ich mach's nicht nochmal! Es tut mir leid! Ja, das ist aber... Ich dachte, ich bin jetzt weit genug weg! Dann hätten die übrigens es nicht fressen können! Ich hätte jetzt einfach voll Lust drauf! Aber nein! Nein! Die müssen natürlich mich dann mit reinziehen! Ja! Obwohl ich dafür gar nichts kann! Wer sagt denn das? Ja... Du bist immer schuld! Ne! Seh ich nicht so! Die Zuschauer sagen das aber so! Welche Zuschauer? Also die Zuschauer... Ja, der neue ganze Fuck-Out-Sleeper! Die Rollwürfe werden jetzt... Wollen wir die Zuschauer befragen? Ja, mach mal eine Zuschauer befragen! Nadja! Sag du das! Erstmal Hallo! Hallo Nadja! Ist der Hutz immer schuld? Das ist doch eine eindeutige Sache, oder? Der Hutz ist doch immer schuld! Oh, da geht's runter! Oh, da geht's runter! Oh, da geht's weiter wahrscheinlich! Siehste, Kai sagt auf jeden Fall schon mal Ja! Ja, Kai hat keine Ahnung! Kai zählt nicht! Und Nadja schreibt natürlich... Dazu auch schon! Ja! Immer! Natürlich! Was ist hier los? Äh... Ich bin... Ich bin... Unkraut! Oh, ich will das auch! Das ist ja geil! Oh, das ist... Du musst mitkommen! Komm mit! Und ich mach jetzt so! Haha! Du weißt nicht, wo ich hingehe! Wirklich! Haha! Tut mir leid! Ich bin selber... Ich bin ein sehr betrunkenes Gras! You're the one who is in Star Wars! Oh, 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 oh! Easy now! Also ich wünsch dir heute mal viel Spaß nochmal bei Star Wars! Soll ich mal unter... soll ich unter dem mal durchkrabbeln? Oh, ich kann unter dem durchkrabbeln! Ja, passiert dann ja nichts! Ja, viel Spaß auf jeden Fall dabei! Star Wars! Ja! Die ersten Star Wars! Da kommt ja eigentlich immer eins, wenn wir hier zwei sind! Ich nutze... Ich weiß nicht, warum der Twitch bei mir immer eins sagt! Auch wenn wir uns drei haben oder so! Oder mir! Der Hase, der möchte einfach nicht... 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 so viele Zuschauer! Genau, ich möchte nie mehr als ein Zuschauer haben! Deswegen, egal wie viele Zuschauer ich endlich hab! Bei mir zack dir mal einen an! Lauf! Ne, ich lauf lieber nicht! Lauf! Lauf einmal nicht so schnell! Ich kann nicht langsamer! Das ist die ganz normale Geschwindigkeit! Langsam kann ich nicht! Oh, 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 oh! Was mit dem dicken passiert? Gesundheit! Äh, das Problem ist, ich... Also, du musst das jetzt hier bessern! Bessern! Ähm... Betti, bist du der große Streamer! Okay! Äh... Äh... Genau! Ich sag dir was mit Samstag ist! Ähm... Der Simon hat mir keine andere Wahl gelassen! Der hat einfach gesagt, du bist dabei! Also bin ich dabei! Ja, so ist es halt! Ja, so ist es halt! Da bin ich halt dabei! Du bist dabei! Ich bin dabei! Ja, und ich muss... Ich muss am Samstag schon wieder, äh... Fnaff spielen hier! So wieder den nächsten Teil! Oh, was spätst denn du da? Fnaff! Ach, wie viele Fnaffs hast du denn hier schon wieder? Ja, einen... Äh, einen Fnaff habe ich! Ich habe jetzt schon... Ich habe jetzt mittlerweile zwei Fnaffs schon... Ach! Ah, okay! Ach so, dann hast du auch ein paar noch! Ja! Wo bist du? Ich bin oben! So gut, dann... Ich... 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 Das solltest du vielleicht nicht so weit machen! Ja! Weil ich trage mich! Ich habe gerade erst den Weg frei gemacht! Ja, das ist in Ordnung! Wunderbar! Ich bin hier schon bei den nächsten Maulwürfen! Ja! Ja, ich komme wieder zurück! Ich habe mich gerade darüber überlegt und... Weiß ich das, dass ich daneben wollte? Ach so, du... Ja! Finde ich gut von dir! Ja, aber die Frage ist, wo... Wo willst du, dass ich hingehe für dich? Also ich würde mal sagen... Genau dahinter! Hinter den drei Maulwürfen! Weil wenn ich davor lande, ist es natürlich nicht sehr... Meinst du, du schaffst, bis dahin zu kommen? Ja! Ich schaff das auf jeden Fall! Uh! Ist ja gar nicht so gut... Gar nicht so schlecht, wie du aussiehst! Matti holt mal eben Wasser! Das finde ich schön! Matti... Hol mal eben Wasser! Aber ich meinte einfach, weil... Bei drei Zuschauer lachen die... Weil die machen einfach... Äh... Drei Nullen noch dahinter! Ja, das ist richtig! Ich würde jetzt gerne weiter! Ja, ich will aber nicht! Gut, guck! Aha! 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 Wenn du sie wachst... Du wachst! Du wachst! Du wachst! Das stimmt! Du hast die Sensor! Du wachst nicht! Natürlich geht's hier noch weiter! Klar geht's hier ja weiter! Da war ich ja schon! Na gut! Na, den wünsche ich euch auf jeden Fall nochmal viel Spaß! Und äh... Wir sehen uns spätestens morgen nochmal wieder! Bei... Goethefu! 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 Das ist ein Dicke! Oh, guck mal! Der ist ein relaxer Augenweg! Hast du die Pokeflüte dabei? Komm hier rüber! Ich glaub, komm hier rüber! Oh, der geht einmal hoch! Und dann geht er wieder runter! Und dann muss jetzt da durch! Gange mal mal! Der macht nämlich Erope! Komm, lauf! Ja, auf Wiedersehen! Ja, wir hatten hier die Pokeflüte dabei! Ich muss diesen Relaxo vor mir! Gute Nacht, Freunde! Ein bisschen! Was muss sein? Bis Lüten! Prost verlassen! Oh mein Gott! Das wurde endlich Zeit! Das habe ich jetzt gar nicht gemacht! Warum? Weil du komplett auf mich angewiesen warst einmal? Ja! Das hat sich... Das hat sich schon mal angefühlt! Ah, ich verstehe! So! Komm rein! Nein, nicht gießen! Ich würde dann auch Blut trinken! Ah! Du brauchst so lange! Nein! Oh, look! There's another purple plant! Weißt du, dass ich jetzt nicht reingehen werde so lange? Ach, Traum! Gießen wir, mach ich nix! Ersprochen! Lass uns nicht gießen! Und was, wenn ich es will? Und was, wenn ich es will? Der Fallen! Also, irgendwie haben wir es immer mit dem Fallen! Oh, ja! Ey, guck mal! Crash Bandicoot! Die Frage ist von wann! Also, übrigens, ähm... Du musst auf irgendwelche Hindernissen... ...ausweichen! Das habe ich nicht gewusst! Das habe ich doch gesagt haben! Deswegen sage ich doch, Crash Bandicoot! Sieh! Ich bitte um die Hälfte! Ich bitte um die Hälfte! Wir sprechen später! Hilfe! 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 Es holen wirft sie! Ah! Oh, da kommt vorbei! Ich bin krass! Ich bin krass! Ich bin krass! Oh, 2! Jeder kriegt einen! 2 für dich, keiner für mich! 2 für dich, keiner für mich! Oh, oh, verdammt, ich habe mich heute weggenommen. Ah, hilfreich, verdammt, hier in die Blümchen. Genau, lenke die ab, ich ziehe schon mal weiter. Gib, gib, schneller als du, ich bin ja dicke. Erwähnt mir das Gefühl, ich bin etwa schneller als du. Du bist auch etwa schneller als du. Liegt vielleicht am Bauch. Ich will nicht, ich will das nicht wissen. Nein, ich bin hängen geblieben an der Wand. Nein, unternehmt du... Lauf, 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 lauf. Yeah. Aha. Oh, das ist aber gemein, wir sind ja ganz eingesperrt. Das muss ja irgendeine Hand haben, seine Arme da, ob der noch dahinter ist. Geh, kaputt, geh, kaputt, geh, kaputt, geh, kaputt. Geh, kaputt. Geh, kaputt. Mann, was erwartet man ja von dir? Oh, oh. Oh, das war meine Kugel. Ach so, das gefällt mir, das finde ich gut. Guck mal, der rüpfst die ganze Zeit. Der furzt. Oh, mein Gott. Oh, ich bin das großartig. Oh, oh. Oh, na. Oh, na. Oh, na. dvd habe ich nicht gesehen jetzt habe ich ja voll die panik du hast mich einfach zurückgelassen du hast mich einfach zurückgelassen die zeit auch wir müssen darunter jetzt sind die uns alle machen das so Au! Okay. Wie viele sind dabei gestoppt? Bei diesem Video wurden keine Tiere getötet. Oh Mafia, Kröten! Anze François, Kröten! Anze François, Kröten! Okay. Sie haben wieder gesagt, ich bin fett. Oh guck mal, wir haben Frösche. Wie cool ist das denn? Wir können springen. Ey geil, man kann nicht an der Wand hängen bleiben. Und davon dort abspringen. Kann man? Kann man? Ja, an einigen Steinen kann man die Mitte sinken. Moin! Also irgendwas ist mit X, mit X kann man noch irgendwas tun. Aber ich weiß nicht, wo... Ja, du kannst springen. Und schnell laufen. Ja, mit X kann man schnell laufen. Boah! Gibt es hier irgendwie irgendwelche Minispiele oder sowas? Ich gehe davon aus, weil da war so ein Ring durch, man da durch kann. Ja... Aber ich glaube, das war noch kein Minispiel. Das wäre jetzt noch einfach so irgendwie. Aber hier gibt es, glaube ich, zwei Wege. Oder? Nee. Der Gartenstil ist jetzt einfach so da. Oh boy! Okay! Na, ne Box. Warte mal, ich versuche jetzt... Nein, das geht leider nicht. Okay. Alles klar. Oh! Ich bin verstorben. Ist das? Not big surprise! Oh! Ähm... Oh! Ähm... Ähm... Oh, die Fruchtstatue hier! Das sieht ja mal schnicker aus. Ja, ich habe beschlossen. Okay. Ich habe beschlossen. Ich dachte, ich bin ein Sprosche, ich kann schwimmen. Kann ich aber nicht. Sprosche können doch nicht schwimmen. Woher hast du denn sowas? Da hast du... Oh! Wir kommen auf jeden Fall in so ein Frogdorf oder sowas. Da sind überall Frösche. Frogger! Oh, Frogger! Oh, Frogger! Oh! Oh, Frogger! Oh! Wie cool ist das? Oh, da ist jemand da gegangen. Ja, wie cool ist das? Yoga every day. Yoga every day. Okay. We're going to work together. Work together. Right now. Gib mir Wasser. Ich gebe dir Wasser. Gib mir Wasser. Ach, in der Brücke. Was? Das kleinste Loch in der Brücke. Ja, aber ich mag den. Der ist weggegangen. Das ist weggegangen. Aber wir können auch noch... Jetzt noch was in der anderen Brücke. Über die Brücke. Und hier ist der Dörfer Frösche. Ich bin Mr. Quach. Ich Mr. Tut. Ich bin Mr. Quach. Oh, was machen wir hier? Oh, das war's. Taxi zu Ende. Ja, das war's. Schade. Aber wenn ich da nicht hin will... Schau mal weiter. Ich glaube, da stirbst du jetzt aber. Ich darf aber nicht aufsteigen. Na gut. Dann steig ich halt auf. Taxi. 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 Ja, du springst mit dem Frosch weiter. Ja, aber ich kann ja nicht. Ja, doch, Moment. Ich muss dich ja erstmal den Weg frei machen. Okay. Ja, dann. Jump. Jump. Jump, eh, eh, Frosch, eh, Frosch, eh, jump. Ja, ey, nicht da. Warum hast du nicht weitergemacht? Ich dachte, ich muss die ganze Zeit festhalten. Nein, jetzt musst du erstmal wieder das andere machen. Oh je. Geh wieder zu der Stelle, wo es davor war. Geduld, Frosch, Geduld. Ich habe keine Zeit, Deck. So. Geduld, Quacke, Geduld. Ja, und weiter. Und weiter. Und weiter. Frosch, Quag, Quag, Frosch. Und weiter. Das war's. Und dann komme ich zu dir aus. Absteigen. Oh, na, you get off now. That's it? Oh, ich habe fast gar nichts gemacht. Irgendwas, irgendwo, irgendwie. Irgendwie, irgendwo. Ach, verdammt, da hätte ich drauf stehen sollen. Ja, warum standst du denn da jetzt nicht drauf? Ja, weil ich das ja genau wusste, was ich das machen soll. Geil, mach das doch mal. Vielleicht soll ich das tun. Ja, hab ich auch. So, und jetzt? Machen Sie mir der Blümchen auf. Ich hab' nicht losgelassen. Diesmal war ich, war ich ganz nett zu dir. Ich. Ich bin, ich bin erschüttert. Ich auch. Dass es nicht gereicht hat, dass ich länger halten kann, dass ich, dass ich früher, äh, dich zerstören kann. Weeeeee. Ich habe vergessen, was es war, und es ist kreiert. Wir haben noch ein paar Infektionen left, doch. Das ist richtig. Wir haben noch ein paar Spatzen angegriffen. Oh, nein. Oh, doch. Glaub mir. Ja, genau. Hab' ich auch grad dran gedacht. Meinst du, wir haben hier endlich mal ein paar Mini-Spiele oder sowas? Nee, es gibt keine Mini-Spiele mehr. Da hatte ich auch noch Mini-Spiele, die hab' ich alle gelöscht aus dem Spiel. Ja, das sicher. Als Beschwerde. Ich hab' gesagt, ich will nicht mehr. Das hättest du wohl gern. Mach mal nass. Nö. Aber der nächste Froge hier. Der große Froge. Oh, hier gibt es zwei, gibt es hier zwei Wege? Nein, hier gibt's Mini-Spiele. Ich riech' das schon. Oh, oh. Da ist es. Da ist es. Oh, nein. Das ist ein Schneckenrennen. Okay, aim and squeeze. Zusammendrücken ist X. Und mit dem anderen tue ich zielen. Die zielen. Ich weiß das auch noch nicht ganz. Musst, muss mit dem Ding. Oh. Okay. Ja, wie bewegt sich die Schnecke am schnellsten? Oh, mit der Tastatur ist das fies. Mit dem anderen ist es hier aber auch nicht besser, weil ich komm' hier nicht durch. Komm' hier nicht durch. Alter, ich komm' hier echt nicht durch. Ich komm' hier nicht durch. Ich bin nochmal. Klar, wir sind gleich. Vor allem seh' ich mich nicht mehr. Nochmal. Ja, auf jeden Fall nochmal. Ich bin die Nummer Blitz. Okay. Das Problem ist, du hast die bessere Seite da drüben. Na, das ist nicht wahr. Ja. Ausrede. Ja, weil ich dich jetzt abgedrängt hab' von deiner guten Seite. Ja, siehste. Ich brauch's nicht mehr mal zu versuchen. Ja, ich hab' jetzt echt... Wohl. Nee, 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 nee. Jetzt hab' ich gewonnen. Also, ich werd' das nicht mehr mit der Tastatur versuchen. Nee, mit der Tastatur kann ich das nicht. Das ist furchtbar. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Bei allen anderen Spielen, wo der Controller schlechter war, hab' ich mir durchgegeben... Bei dem Spiel hast du eindeutig gewonnen. Hey. Ja, aber auch nur, weil ich's dann beim zweiten Mal kapiert hab'. Ja, eben.